Hallo, mein Name ist Kanda und ich freue mich, mein Programm Fasthian Qigong vorzustellen. Fasthian Qigong ist eine sehr sanfte Übungsmethode. Die gelenkschonenden Bewegungen fördern die Beweglichkeit des Körpers sowie den freien Fluss der Lebensenergie Qi. Im Körper zirkuliert das Qi in den Meridianen, also den Leitbahnen, die sich in Fasthian, dem bindegewebigen System, befinden. Im Fasthian Qigong werden die Meridiane durch umfassende Dehnreize der Faszien durchlässig gemacht, so dass Qi und Blut frei fließen können und die Ausgeglichenheit und Gesundheit des Körpers gefördert wird. Im alten China gab es spezielle Bewegungsformen, die die Faszien besonders intensiv trainierten. Sie bilden die Basis in meinem Programm Fasthian Qigong. In fließenden Bewegungsabläufen wird konsequent das komplexe Zusammenspiel von mehreren Faszienbahnen unterstützt. Dabei wird besonders der Rücken gekräftigt. Zusätzlich fördert die Stimulation spezieller Akupunkturponte die Gesundheit der inneren Organe. Funktionelle Bewegungen, eine koordinierte Atmung, systematische Stimulation und eine gezielte Entspannung sorgen beim Fasthian Qigong für ein ganzheitliches Training. Fasthian Qigong trainiert nicht nur die Faszien von Kopf bis Fuß, es vitalisiert den gesamten Körper. Fasthian Qigong trainiert nicht nur die Faszien von Kopf bis Fuß, es vitalisiert den gesamten Körper. Faszien Vizei, es vitalisiert den gesamten Körper. Beンピ Faszien Vizei, es hat man sich versückteilt den gesamten Körper.